Die Selbstbeherrschungsprobe lasse ich jetzt gerade noch mal weg und dann ist der nächste Schnitter. Du bist aktuell unbewaffnet Diamantes. Ich ziehe nicht vor, aber ich würde auf jeden Fälle zweimal angreifen. Du kannst dann beliebig entscheiden. Ich ziehe vor und zwar ich werde sowieso alle meine Aktionen vorhin bringen können, denn er hat am Mastiff eine Initiative verloren. Müssen wir gar nicht berechnen, allein durch die Kopfwunde. Ich ziehe vor, stecke wieder mit einer Aktion Aufwand meine linke Balestrina weg. Mit zwei freien Aktionen ziehe ich meinen beiden Dolch von der Seite, bin somit jetzt Dolchkämpfer und Parierwaffen und werde zweimal parieren. Und zwar werde ich an ihn, wie ich es schon oft getan habe, an mich binden. Einmal mit einem Binden plus sechs. Und einmal mit einem Binden plus zwölf. Ja, Distanzklasse vom Schnitter ist, glaube ich, S, ne? Äh, S, okay. Äh, gut. Ist als Parade irrelevant, aber das können wir uns dann merken. Distanzklasse ist für Parade nicht irrelevant, da du in der falschen Distanzklasse keine Manöver ansagen kannst. Genau darum geht's. Ah, okay, richtig. Gut, dann muss ich, äh, so parieren. Dann musstest du mit deiner Initiative die Distanzklassen verkürzen. Ja, aber da wir schon im Kampf sind, geht das ja nicht mehr. Richtig, genau. Da musst du unterunter durchtauchen. Oder du brichst den Kampf ab und bekommst ein Ausfallmanöver da. Ja. Ja, ich werde einfach zweimal nochmal parieren und dann in der nächsten Kampfrunde werde ich mit der Initiative arbeiten. Ja, er hätte eh noch einmal getroffen. Gut. Dann, ähm, ich muss gerade gucken, den von Abel mir, der hatte auch nicht getroffen. Das war die, ne, das war die 19, die Parade. Äh, ich kann auf alle Fälle Abel mir nochmal angreifen. Du kannst aber vorziehen, wenn du möchtest. Ich will parieren. Alles klar. Drei ist getroffen, war ein ganz normaler Angriff. Das sind noch keine richtig guten Kämpfer. Ich pariere den. Mhm, gut. Dann war das die nächste Kampfrunde und wir gehen in die nächste, darauf folgende. Das gleiche Spiel wie eine Finte 5 und ein Hochschlag 5. Ja, rüffel gerne. Ja, ich habe gerade es umgestellt, deswegen rumgeheizt. Ja, ich werde dich auf alle Fälle parieren, weil du bist eben noch bewaffnet, dir man das nicht. Äh, 12 wäre gelungen, aber mit der Finte nicht. Dann kannst du Schaden machen. Das müsste 17. Ziehen wir die 4 von der Rüstung ab, dann sind wir bei 13. Topfgreifen übrigens. Äh, aber nicht verdoppelt, nur 3,20 wird verdoppelt. Aber es muss trotzdem... Zweite Wunde. Natürlich kann ich Zusatzschaden durch den Kopftreffer. Zusatzschaden bei Kopftreffern erst ab der zweiten Wunde, wenn ich mich da schade. Sonst eine Brust wäre das, was gefährlich wird. Da machst du den Doppelten. So, äh, nicht den Doppelten, sondern Zusatz W6. Gut, dann sind das 3,10. Und er kämpft weiter. Ich würfel jetzt trotzdem nochmal die Selbstbeherrschungsprobe. Das schafft er. Und, äh, dann bin ich dran. Ich würfel einen Schnitter Angriff auf dich. Und ich mach dann sogar eine Finte rein. Finte 5. Das ist noch gelungen. Und bei Diamantes hau ich zweimal zu. Und bei dir mach ich einen Wuchtschlag 5. Wunderbar? Das muss beim ersten. Ja, da würde ich auf jeden Fall vollziehen. Ja. Und zwar mit einem nicht modifizierten Angriff, äh, werde ich mich aus, äh, äh, ja, Distanzklasse entfernen. Aus, äh, wenn das denn gelingt. Das gelingt, äh, somit ist der Kampf, äh, kurzzeitig vorbei. Er hat offensiv, äh, umgewandelt. Äh, und dann, äh, werde ich mich, weil ich wieder in der Kampf, äh, äh, wieder den Kampf anschließen, aber mit meiner hohen Initiative ihn auch dauernd verlaufen. Warte, 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 also was machst du nochmal? Entschuldigung. So, ich mache erstmal einen Angriff, äh, der ist nicht parierbar und, äh, äh, nicht erschwert. Damit kann ich mich aus dem Kampf zurückziehen. Ja, wohin? Ähm, stehe ich direkt am Rand? Ja, genau am Rand. Ja, dann, äh, zwei, äh, hier paar Schritte nach links. Mit freien Aktionen. Ja, also, du willst dann aus seinem, ähm, aus deinem Kontrollbereich. Du willst dich regeltechnisch aus dem Kontrollbereich. Dann bekommst du auf alle Fälle einen... Äh, würde ich kriegen, wenn ich nicht einen Angriff, äh, dazu mache. Wenn ich dich durch Distanzklasse vergrößern, kriegt er den nicht, weil er vergrößert die Distanzklasse und dann steht er auf einer Distanzklasse, auf der er den Passierschlag nicht mehr kriegen darf und dann kann er einfach weggehen. Ja, gut, dann habe ich's dann, hm. Gut, gut, gut. Und dann mit der zweiten Aktion, äh, schließe ich mir den Kampf wieder an und nutze meine hohe Initiative, um auf H heranzukommen. Ich glaube, das geht nicht, denn da ihr beide schon in Kampfhandlungen seid, fängst du einfach in der größten Distanzklasse für alle beide an. Äh, warum kann ich ihn dann nicht mit meiner hohen Initiative unterhalten? Weil es nur bei Kampfbeginn gilt. Okay, äh... Genau, es ist unabhängig von der Distanzklasse, du hast die ja verkürzt von S oder verlängert von S auf P, ähm, beziehungsweise dann eben auf das, was nach P kommt. Und, äh, ja, aber ihr seid halt trotzdem noch im Kampf. In Ordnung, äh, war mir unbekannt, schade, dass so nicht geklappt hat, wäre ein schöner Move gewesen. Vor allem auch nicht mit der kurzen Reichweite, die du da hinten hast zu dem Kanal. Aber er kann doch einen Angriff zur Distanzklassenverkürzung machen, oder? Verkürzung, ja, richtig, das geht. Natürlich, das kann ich machen. Ähm, ich, äh, habe das jetzt schon angesagt, also theoretisch würden wir auf P stellen. Ich stelle mich jetzt an der Seite von Abelmir, äh, und, äh, halte meine, äh, zweite Aktion für Paraden offen, falls er jetzt wieder an mich rankommen möchte. Äh, ja, in welche Richtung guckst du denn? Zu ihm, ne? Äh, zu ihm, ja. Okay, sonst hätte ich dir jetzt in die, in die Seite geschlagen. Hätte man ja auch machen können. Ich habe übrigens meine Parade versaut. Das habe ich gesehen, äh, ich wollte den, ähm, Wurf noch nicht würfeln. Elf. Wohin? Äh, würfel selber bitte. Wie viel Rüstung hast du? Unverwundbarkeit ist ein bisschen unterschiedlich. Rechtes Bein habe ich ein Rüstungsklasse von eins. Okay, dann ist das nur Wunder, ne? Mit dem Unverwundbarkeit ist hier nicht. Wie gesagt, was von Unverwundbarkeit ist hier nicht. Hast du gar nicht getrunken? Ob trage ich so etwa keine Zeit, Janus, gute Herstellung, welch? Nein, ich traue nicht mehr. Nicht mehr. Äh, ja, zehn Trefferpunkte ist, äh, das ist, äh, mit Schadenpunkter. Ja, Schadenpunkter. Gut, eine Runde. Der rechtes Bein. Alles klar. Dann, ähm, ich hatte zwei Attacken angesagt, und die würde ich jetzt auf Diamantes auch noch machen. Ich habe die, glaube ich, schon gewürfelt, oder? Ähm. Blau. Oh, meiner. Hast du eine gewürfelt? Ich glaube, der war bei mir. Ne. Ich glaube, gegen mich hast du eine gewürfelt. Attacken Schnitter fünf? Ah doch, einen hast du gewürfelt. Einer hast du gewürfelt. Das war der Wurschlag fünf. Genau. Der hat auch getroffen mit der fünf. So sehe ich das wie gerade. Naja, dann hat meine Aktion wenigstens eine freie Aktion, um an mich ranzukommen, abzugenommen. Macht keinen Unterschied. Ja, die freie Aktion kann ich ihm auf alle Fälle wegnehmen. Dann muss ich noch mal parieren. Ja. Was mir auch gelingen würde. Ist ein Wuchtschlag fünf, also 14 Schadenpunkte. Äh, ja, ich pariere dennoch immer noch mit Paradenwaffen, weil er umgewandelt hat und mich zwei Paraden noch aufmachen möchte, also kriege ich da gar keinen Schaden durch. Ja. Ich überlege gerade, du hast dich einmal aus dem gelöst und dann parierst du wieder. Ja, alles klar. Dann habe ich aber noch einen. Ja, richtig. Und ich auch. Du auch noch, ja. Ich mache trotzdem einen umgewandelt. Ach komm, all in. Wuchtschlag fünf wieder. Ja, wir haben nun mal natürlich klug. Ist gerade nicht gelungen durch das Umwandeln. Oder? Aber er will ja nicht. Ja, die Distanzlast ist immer noch S. Richtig. Äh, meine zweite Aktion, äh, meine andere Aktion kann ich nicht nutzen, weil das eine ausschließlich Paradeaktion ist. Und somit wäre ich für diese Kampfrunde durch. Ja. Ihr könnt hinter euch hören, wie die Trollsacker durchaus wesentlich leiser geworden sind. Es gibt zwar noch die einen oder anderen Kämpfe, ihr könnt viel Grenne durch das Gebüsch hören. Ähm, und zu eurer Überraschung könnt ihr jetzt am Rande der Zone, dort wo die Kiesel, äh, liegen, ähm, oder in der Luft stehen, äh, jetzt erkennen, wie Vorderlob von Falderhohn, ähm, 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 ähm. Und Oberst Magus selber weiter glimmt und glüht. Derweil könnt ihr weitere Bewegungen hören und dann hinter euch erkennen, wie Bandstrahler aufgetaucht sind, die dort jetzt, äh, auf der kleinen Brücke stehen. Ja, Paios! Diamante Feilung? Ich tue, was ich kann! Aber wie in einer schwarzen Probe. Wreckig! Nächste Kampfrunde. Äh, die, äh, die, äh, rote Legion wieder auf der 21 beziehungsweise noch weiter tiefer. Ja, du möchtest du aufziehen? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde fünf, noch Schlagwürf. Auf jeden Fall. Alles klar. Ja, dann. Gerne. Es gelungen, wie gesagt. Ich weiß, ob du schon siehst oder nicht. Ja, ist gerade angekommen. Dann, ähm, ich pariere. Du bist gefährlich. Neun. Wir hatten eine Parade von zwölf und mit der Finte ist es an... Was hast du für eine Finte angesagt? Fünf. Fünf. Dann ist es nicht gelungen. Ich weiß nicht, irgendwie rein. Also, plus zwei, aber das kannst du ignorieren, nicht plus zwei. Deswegen fragte ich, irgendwie da, wie da plus zwei. Dann kannst du Schaden machen. Das reicht. Dann beschreibt gerne. Ja, indem ich Diamant-Zugum habe, er soll sich beilen, äh, konnte ich seinen Schwung ausnutzen und habe ihm den linken Arm oberhalb seines Schultergelenks abgetrennt und er fällt blutend und bewusstlos zum Boden. Nachdem er sehr viel Blut verliert in der Zwischenzeit. Er blutet wahrscheinlich unten am Boden aus. Weil ich... Ich komme wahrscheinlich an Diamant-Kinger nicht mehr ran, vermute ich. Ne, so wie er steht, auf keinen Fall. Ja, Diamantos, ich greife dich an. Und zwar zweimal. Ich sag wieder... Ja, da ziehe ich vor. Hochschlag Fünfer. Wunderbar. Denk dran, du hast nur eine Fünfer Erschwernes vom letzten Mal. Ja. Du, ich ziehe vor. Ich nähe jetzt in Nutzer eine Aktion, um ein Kampfziel zu wechseln, ins Raufen. Und mache dann eine Plusachter-Ansage, um ihn zwei Distanzklassen zu unterlaufen. Er darf dies parieren. Möchtest du vielleicht noch eine Finte reinlegen? Darf er nicht, weil er offensichtlich umgewandelt hat. War es nicht letzte Runde? Nee, nee, ich bin jetzt gerade offensiv umgewandelt. Ah, okay. Eins. Und dann machst du auch kein Schaden, ne? Kein Schaden, ne? Gut, Schade. Oh, du hast doch noch eine Aktion, oder? Äh, warte mal, du hast auf der 26 und er ist der mit der Kopfhunde. Das heißt, du darfst deine zweite Aktion vor ihm machen? Äh, ich habe keine zweite Aktion mehr, denn ich habe eine Aktion gebraucht, um einen Kampfstil aufs Raufen zu werfen. Ah, sehr gut. Und, äh, stehe jetzt auf H ran. Also eine ist aus Klasse für ihn zu wenig. Das heißt, seine Angriffe sind plus 6 erschwert, plus Ansage, äh, plus Paradeerschwernis durch letzte Runde. Dann lässt er seine... Ich würfel mal eine Mutprobe. 12. Er lässt seine Waffe fallen und, ähm, möchte dich würgen. Er würfelt einen Raufenangriff. Äh, da habe ich auch keine Werte. Ich sage einfach mal 16. Komm, Schwitzkasten. Komm, sag einen Schwitzkasten an. 5. Okay, Schwitzkasten. Was tut der? Die konnte ich mal nachsehen. PDS. Ich dachte nicht, dass er die Probe tatsächlich schaffen würde. Aber dann lohnt sich das auf alle Fälle. Okay. Du hast ja auch keine Parade mehr, ne? Kannst du nicht... Schwitzkasten. Schließlich trainter Ausdauer, oder? Ähm... Die folgenden Ringenattacken des Angreifers sind um 1, 2, 3 Punkte erleichtert und richten 1W6 plus 1, 1W6 plus 2, 1W6 plus 3 Punkte Schaden an. Ähm... Er endet, wenn dem Angreifer eine AT oder der Verteidiger eine Parade misslingt. Der Verteidiger kann als einzige Angriffsaktion ein Biss, Knie oder Schwanzschlag einsetzen. Diese sind jedoch um 4 Punkte erschwert. Okay, dann musst du Knie benutzen. Weil beißen darfst du regeltechnisch nicht und Schwanz hast du auch. Beißen darfst du auch als Mensch. Okay. Ja, du kriegst nur, du machst halt nur weniger Schaden als ein Ort. Okay, gut. Oder ein Goblin. Ja. Äh... Ich mach einfach mal 1W6 plus 1, hast du gesagt? Äh... Äh... Du hörst, wie Vorderlob von Falderhon, äh... Dort steht am Rande und ähm... Zu dir spricht. Wurenes würde gerne mit Alic reden. Was gibt es dort... Was gibt es dort zu reden? Ihr werdet verlieren und es wäre schade um euch, wenn ihr sterbt. Eure Freunde sind bereits tot. Und ich werfe einen Blick zur Pyramide hoch? Du kannst sie nicht sehen. Weder ihre Leichen, noch ihre Körper. Ihr lügt so schlecht wie euer Herr. Das ist keine Lüge. Ich spiele keine Leichen. Hm. Dann sterbt mit ihm. Derweil... Nächste Kampfrunde. Die Bandstrahler laufen weiter. Und zwar... Das Problem ist, dass Abel mir eine schwarze Robe hat. Schauen wir mal, äh... Und ein blutiges Pentagramm neben sich in der Luft schwebt. Und ein blutiges Pentagramm mit dem Zeichen von Belhalhar neben ihm schwebt. Und... Ja... Sie machen auf alle Fälle Sturmangriffe. Und zwar auf Abel mir. Du kannst das aber sehen. Du hast mehr Initiative. Sie haben selbst eine Indie 20. Ich habe noch ein Aktien. Nur ich könnte ja noch... Hier, wir sind jetzt einfach zum dritten Mal in den Kanal. Wir wären in der nächsten Kampfrunde. Ähm... Also das passiert in der nächsten Kampfrunde. Sie laufen auf dich zu. Komm ich... Komm ich... Komm ich zwischen... Äh... Da war schon... Diamantes und den Kanal da durch. Äh... Moment... Also dieses hier und diese beiden liegen tot am Boden. Da kannst du jetzt drüber steigen. Achso... Hinter ihm auf keinen Fall, nein. Da musst du... Nee, ich stehe direkt am Rand. Weil er hat ja noch einen Gegner vor sich. Also ich würde ungern dazwischenlaufen. Du kannst nicht dazwischen laufen. Du kannst nicht dazwischen laufen. Dazwischen kannst du nicht laufen. Äh... Diamante ist es gerade im Schwitzkasten. Du kannst auch nicht hinter ihn laufen. Du kannst halt äh... an ihm vorbeilaufen. Also ich stand eben direkt am Rand. Dann bin ich zwei Distanzklassen unterlaufen. Also vielleicht mit einem Balanceakt. Boah, da will ich aber eine Athletikprobe von ja haben. Akrobatik. Akrobatik. Nee, Akrobatik. Das ist Akrobatik. Du hast echt... Ich habe keine Akrobatik. Nein. Äh... Ich würde probieren, nicht vorbeizukommen. Hebt alle vorne rum sozusagen. Ja, das kannst du auf alle Fälle machen. Dann kannst du über die Leichen drüber steigen und dann... Du bist ja nicht acceleriert. Du bist ja nur... Genau. Ich würde ja den probieren, diesen Fallhorn anzugreifen. Egal, was mir mein Verstand sagt gerade. Gut. Dann... Äh... GS8 habe ich, äh... Das sollte reichen. Ja. Ja, genau. Dann kannst du merken, wie du auf sie zuläufst. Vor den Bandstrahlern fließt. Auffall, der Hund zu, der dich mit einem fiesen Grinsen ansieht, seinen Stab gepackt. Und... Du wirst langsamer und langsamer und langsamer. Kurz vor ihm verharrst du. Er kommt dir mit dem Gesicht näher, grinst dich wieder an. Du siehst seine quecksilberne Zunge in seinem Mund, wie er sich bewegt, fast wie eine Schlange. Du wirst mit einem Schwert ausholen, aber er ist schneller. Er tockt. Und alles wird kalt. Ja, man, dass du hörst mit einem vernebelten, alles ist irgendwie rauschtig. Du hörst das Blut in deinem Kopf. Du merkst die schwitzigen Arme von dem roten Legionär. Und dann hörst du wieder, wie sich Abel mir entfernt und dich alleine lässt. Und nur noch das infernalische Wirb-Eios der behelmten, blechernden Bandstrahler, die mit einer Sturmfront auf euch zukommen. Auf dich? Du bist alleine. Ja, ich bin leider auch in einer ziemlich misslichen Lage. Er ist mir verdammt. Und ich versuche ihm dann Knie zu geben, weil das das einzige ist, was von mir sich noch bewegen kann. Lass mich los! Dann würfelt das Knie. Er würfelt eine weitere Mutprobe, ob er gegen eine Front von Bandstrahlen überhaupt da bleibt. Drei, er bleibt stehen. Er dreht dich in ihre Richtung. Er benutzt dich als menschlichen Schild. Ja, mein Knie ist gelungen. Ist das Schwert um vier? Ich habe nochmal ein plus vier angesagt für zusätzlichen Schaden. Er darf dies natürlich parieren. Ja, schauen wir mal. Schicksalspunkte können jetzt natürlich auch fliegen. Sechs, das wäre gelungen. Schicksalspunkte von irgendjemandem. Drei, zwei, eins. Wird ja sein können, das ist ein NPC. Kann man trotzdem herausgeben. Gut. Dann merkst du, wie die Front der Bandstrahler, fanatisch wie sie sind, keine Rücksicht auf dich nehmen. Vielleicht, du spürst noch, wie andere rote Legionäre von deiner Flussseite so rüberspringen, wie du es tust. Aber auch dann merkst du, wie gedreht in den Rücken du einen Sturmangriff von einem Bandstrahler in den Rücken bekommst. So. Ich nehme anfang mal die Sonnenlegion. Die haben ähnliche Werte. Schwert 18. Sturmangriff. Ist also eine plus vier, aber in deinen Rücken. Ähm. Das ist gelungen. Ja, ist gelungen. Erst dann mache ich sieben plus die halbe Geschwindigkeit. Die sitze ich auf sieben halbe sind. Sieben halbe sind vier. Äh. Sieben plus vier sind elf. Und dann noch mal plus, noch mal plus vier, ne? Mit den Schildern? Äh. Trefferzone, glaube ich. Musst du selber würfeln, bitte? Krust. 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 Beziehungsweise drücken. Krust. Da habe ich sechs plus zwei wegen Unverwundbarkeit. Somit acht gehen ab von den 15. 15, genau. Da gehen durch. Das ist keine Wunde. Kein Wunder. Ich bin auf elf LEP. Okay. Dann entbrennt sich hier ein Kampf der Bandstrahler gegen die Rote Legion. Weitere Armbrustbolzen, die in die Kampfgruppe fliegen. Und alles ist sehr unübersichtlich. Du hörst dir noch, wie er vor dir lacht und dich weiter als Schild benutzt. Nächste Kampfrunde. Äh. Gar nicht. Und zwar, ich habe ja zwei Aktionen. Ich habe nur eine Aktion gemacht. Auch wenn ich ein Schwert in den Rücken bekommen habe, möchte ich offensiv umwandeln und ihm noch ein Knie geben. Gut. Und er hat nur eine Mutprobe gewürfelt. Er kann weiter parieren. Muss er nicht immer eine Aktion aufwenden, um den Schwitzkasten aufrecht zu halten? Nein, du denkst an einen Niederring oder so. Okay. Also im Grunde, du kommst dir auch nicht raus, wenn dir eine Attacke gelingt, die er nicht pariert. Du kommst dir nur raus, wenn dir eine Parade gelingt. Wenn ihm, äh, wenn mir eine Parade gelingt. Ja. Also du solltest finden, ansagen. Finden ohne Ende. Also du kannst den Typen jetzt attackieren, solange bis er umfällt, klar. Aber du kommst dir nur raus, wenn du erfolgreich gegen seinen Schwitzkasten parierst. Kann ich jederzeit parieren? Nö, wenn er dich angreift. Okay, wow. Ich meine, vielleicht gibt es so ein Manöver, mit dem man aus Wirkegriffen prinzipiell rauskommt, aber das ist mir nicht bekannt. Ja, mir auch nicht. Also tun wir aber so, als nein. Okay. Machen wir. Doppel 1. Ich würfel trotzdem einfach mal gegen, weil 1 kann ich trotzdem würfeln. Wow. Ich möchte, dass jemand chippen. 1,19. Das ist nicht bestätigt. Wow. Ist ja egal. Also, wenn Schicksalspunkte von anderen, wenn ihr euch gegeben wollt für Diamantus, das wäre okay. Das Problem ist, du machst halt nur Damage, das bringt halt nichts. Er muss rauskommen. Wenn du ihn allerdings mit nem Knie erwischst, kriegt er das Knie in die Eier und ist 1w3-Kampfrundenlang kampfunfähig. Wenn du die Wunschwelle übersteinst. Komm, nimm einen Schicksalspunkt, Junge, los, 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 komm. Dann revidieren wir die 1 und ich würfel trotzdem nochmal. Ich schwöre, der wirft jetzt in 2 und dann kotze ich. Danke. Aber das reicht. Du vermindest auf alle Fälle... Ich weiß gar nicht... Sein Raufenangriff ist normal gelungen, ne? Hattest du da irgendwie... Knie macht, glaube ich, 2 oder 3 Punkte im Bonus. Das sind 1w6 plus 2 Schaden plus dpkk, das verdoppelst du. Völlig okay. Dann kannst du ihm auf alle Fälle den restlichen THF-Punkte Ausdauerschaden machen. Also, dass du dann eben auch fliehen kannst. 12. Ja, 12 in die Eier. Ist er ohnmächtig, aber nicht tot? Ja. Richtig. Erstmal kampfunfähig. Gut. Dann ist das deine... Kampfhunde... Nicht, dass das beim herannahenden Bandstrahlen Unterschied machen würde. Und dann kommt die nächste. Kampfhunde Bandstrahl schlägt wieder zu und zwar in deinen Rücken. Ja, ich will da tatsächlich vorziehen. Ja, okay. Möchtest du laufen? Ich möchte nicht unbedingt mit denen... Ja, also ich habe halt gesehen, dass Abel mir hier reingelaufen ist und er ist zerbrochen, ne? Ja. Es macht keinen Sinn für mich, da ebenfalls rein zu laufen, also springe ich ins Wasser. Schwimmen davon. Okay, du bekommst trotzdem einen Ausfall und der trifft. Du meinst ein Passierschlag? Ein Passierschlag, genau. Oh, richtig. So Nummer 10, wahrscheinlich in den Rücken. In den Rücken? Kannst du dann deine Rüstung abziehen und dann... Geh dir 8 von ab und ich bekomm nochmal zwei Schaden. Alles klar, gib mir nochmal eine Schwimmprobe und dann kannst du auf alle Fälle auf die andere Seite. Während der Bandstrahler den roten Legionär tötet und Vorlobfall der Hohen die anderen Legionäre anweist. Du kannst nur ein Brüllen heuern und... Wöffel nochmal eine Sinnschiffel. Dann gebe ich dir die ganze Szene.